und ein herzliches willkommen zurück zu meintest gucken wir die brücke machen ist natürlich klar jetzt mit dieser wollen wir natürlich schräg gehen ecken wir es natürlich an dieser klassischen ja block struktur an es wäre natürlich schön jetzt irgendwo so eine kleinschrägen gibt und was wir quasi bräuchten wäre hier so eine halbe blöcke die also quasi so eine so eine schräge die aber nicht über den gesamten heimblock geht sondern nur über ein viertel block dann könnte man quasi so was hier gut dann was war hier bist du dafür ist auch was das kindstück geben ich brauche mehr vielfalt da war schon kreativ zu haben und können uns nicht mehr kreativ ausleben so was jetzt genau nach wir brauchen eine axt um erst wieder wegzumachen das war komplett gehirn spinnst das können wir später für die felder benutzen mal gucken da brauchen wir ja auch sein zäune zum abgrenzen der felder von daher da geht das rücksteig gedacht dann wird der werkbank gehen und jetzt hier unser gesamtes holz vorhaben in schrägen umwandeln das sind dann die dankeschön haben wir noch dabei oder egal wir haben auf jeden fall in den kisten haben wir noch sehr viel davon so was wir bräuchten ist muss ich kurz überlegen habe ich das hier falsch rum gemacht ne hier guckt es rüber ich dachte es richtig ist richtig okay ich dachte gerade schon genau das heißt ich kann dich jetzt einmal kopieren und hier mal hinsetzen dann setzen wir jetzt hier irgendwo ein hin dann bist du jetzt gleich am richtigen platz so einmal kopieren und einmal hinsetzen so genau hier kann es bleiben so jetzt noch da ich habe nicht so sehr gut es geht ja von der gesamtoptik auf jeden fall besser als alles andere versucht hätten das gelände wird zwar jetzt eher wie so ein richtiger vorsprung und nicht mehr wie so einfaches geländer wo es einfach dafür zu dick ist aber zumindest die gesamtoptik wie gesagt die passt damit bin ich ja quasi schon fast zufrieden das passt auf jeden fall reichen die es passt genau ja heute die waldfee könnte noch einer ran und die optik her ja doch das geht wie gesagt besser als alles andere was wir hinbekommen hätten alles andere wäre komplett in die Hose gegangen wahrscheinlich von daher würde ich mal sagen das kann man so schon anbieten easy haben wir so keinen Steg da geht noch rüber ist doch schon mal nicht so schlecht wir müssen nur noch unten die Dinger hinsetzen diese Baumstämme die das ganze entstützen von unten das heißt wir machen da so einen hin dann lassen wir drei äh also zwei Lücke eins zwei drei ja eins zwei wie gesagt unten die Felder muss denn sowieso irgendwie mal ja ich weiß nicht eigentlich können wir die Felder hier sogar lassen so jetzt muss ich mal gucken also hier jetzt eins zwei genau das heißt bei dem dritten ist denn eins zwei genau eins zwei ja auch jetzt genau jetzt runter da aber ich glaube von unten da wird noch mal die Stöcker äh diese Dinger da da unten interessiert es eh kein Opfer der Holz haben oh jetzt hinten ist es ganz schön dunkel äh du bitte einmal weg dafür du aufnehmen hinsetzen dankeschön so ihr kommt wieder weg hier unten braucht euch keiner perfekt und wieder ab nach oben warum ist hier eine Lücke warum ist hier eine Lücke was höll ich hier denn hier ab bitte gehen sie weg ich bin nicht zu sehen dankeschön so jetzt geht es hier weiter eins zwei drei eins zwei drei eins zwei ja leck mich passt so super super kleiner damm teich was auch immer das werden soll fertig oh was ist das was denn da noch das hat mir flogen was ist hier los tja eigentlich könnten wir hier auch noch mal so eine treppen für in weiß hinsetzen das ganze insgesamt ein bisschen schöner aus ich guck mal das machen wir auch direkt so holz danke bisschen tropen halten wir müssen auch noch mit ich wollte auch noch mal ein bisschen ausbessern achso halt hier ist ja direkt eine Säge ähm Dankeschön halt das ist mein holz so einmal alles was wir kriegen können und dann von dir hier ach komm das wird so viel das können wir wieder zusammensetzen das geht ja von daher ja ok kommt hier weg aus so das heißt jetzt zuerst kommt hier einer ran und zwar wäre das so einer perfekt und jetzt brauchen wir hier unten diese weißen das war natürlich falsch rum so da da Scheiße. Scheiße, die Wand an. So. Und ja, wir werden die Felder da wahrscheinlich doch irgendwann wegmachen, aber hat jetzt erstmal keine Priorität. Wie sieht sie doch gleich viel besser aus. Sie sieht doch gleich viel geplant da aus, viel gewollt, da viel, ja, freiwilliger, selbst was schießt. Ähm, so. Da, 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 da. So, so. Sehr schön, haben wir die Brückkehr doch relativ glimpflich geschafft. Ist zwar jetzt ein massives Mauerbauwerk, äh, was denn jetzt gleiches quasi sucht, aber dafür sieht's immerhin einigermaßen gut aus. Gut, schön. Okay. Ich, ich bleib hier immer hängen. Achso, weil es hier so ne, ja, ja, das ist hier so ne, so ne Eckstruktur. Naja. Hopp, hopp, wir kommen sauber durch. Das ist das Wichtigste. Gut, damit ist der Weg zum Haus soweit auch erstmal fertig. Dann können wir jetzt endlich mal um die Felder da hinten kümmern. Und dann gucken wir irgendwann mal ganz später machen wir da mal weiter. Oder wir machen erstmal da weiter. Ja, machen wir auch. Ach, siehste, genau, hier können wir auch noch welche reinsetzen. Das wäre dann da. Ach ne, können wir nicht. Ha. Weil das da mit dem Wasser scheiß aussehen würde. Irgendwollt Wasser wäre dann ja, 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 nicht, können wir nicht machen. Das geht ja leider gar nicht. Äh, wir setzen euch dann erstmal wieder zusammen hier. Bam. Ach guck mal, ja, alles hier. Danke. Äh, ich werde zwar bereuen, ist mir doch grad egal. So. Du da rein. Ihr da rein. Was brauchen wir, ähm, oh, wir haben gerade sogar schon welche. Lull. Was brauchen wir denn jetzt für, äh, zum Weiterbauen. Also auf jeden Fall brauchen wir unsere beiden Spitzhacken. Und mehr erstmal nicht. Ja. Da ist auch eine Schippe, falls wir auf, 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 auf. Ähm, ja. Geröll stoßen. Haben wir bereits eine Schippe, oder ist die kaputtgegangen letztens? Ne, ich sehe keine Schippe. Irgendwo anders aus dem aus Versehen hingepackt habe ich sie auch nicht. Das heißt, unsere letzte Schippe ist kaputtgegangen. Na gut. Dann bauen wir uns eine neue. Und zwar aus. Ach komm. Ich sag mal so, lecko mio. Siehste, nehmen wir die komplett mal raus. Alles was rein aus Holz ist. Damit hier, weil die Kiste wird auch langsam voll. Das sag ich mal ein bisschen, bisschen raus sortieren. Und dann kommt alles was aus Holz, dann kommt das hier alles doch weg. Dann kommt alles was aus Holz gerollt ist da rein. Und alles andere hier unten rein. So. Jochen, ab zur Mine. Könnt ihr eigentlich auch gleich den Weg hinbauen. Ey, Quatsch. Ich schon wieder. Die Mine bauen wir doch noch gar nicht. Wir wollen noch hinten das Ding da. Ich schon wieder. Ich war schon gedanklich bei der Mine, die wir irgendwann bauen wollen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen hin. Ach, richtig schöner Weg. So muss das sein. Easy. Oh, was wir vergessen haben. Äh, Fackeln. Das heißt, wir brauchen vorher Holz. Das ist doch Bullshit hier. Okay, ab zurück. Und hier ist auch die Ausdauer hin. Ach, siehste, Naruka war auch vergessen. Oh mein Gott, was tun wir denn hier gerade? Hallo? Hallo? Zu dumm, so auf so einem Ding zu balancieren oder was? Oh, die liegen gleich drei. Ne, es nur zwei. Ist auch egal. Ne, es wieder nur zwei. Ist auch Items die random Nahrung auffüllen. Also, wir halten nicht mit festen Wert, sondern mit einem Bereich von Biss und random einfach. Ist auch egal. So. Ähm. Nahrung brauchten wir uns Fackeln. Das wichtigste vergessen. Alter, Fackeln. Wie kann man Fackeln vergessen? Äh? Haben wir keine Fackeln mehr? Momentchen. Äh? Äh? Alle Fackeln aufgebraucht? Das kann aber nicht wahr sein. Ja, Sacre leck. Da haben wir eiskalt alle Fackeln aufgebraucht. Das ist ja interessant. So, dann nehmen wir wir uns mal hier so 80 Stück. Sollte erstmal reichen. Dann werden wir lieber drei mehr. Aber wenn wir gar keine Fackeln haben, dann können wir auch halt auch ein paar erstellen. Wir werden bei dem Tunnel weiß Gott keine 80 brauchen. Also, ne? Aber wie gesagt, da haben wir gleich ein paar Fackeln auf Vorrat. Ich finde aber ganz nett, ein bisschen was auf Vorrat zu haben. Zumindest solche Grundsachen wie halt Fackeln. Da kann man immer welche gebrauchen. Von daher. So, weil ich das hier nervös macht, muss ich hier direkt mal... Oh, was ist das denn? Oh! Er hat mich zu Recht nervös gemacht. Hier... Können Monster herkommen. Ja, lol, ey. Dann lasse ich das direkt doch mal. Achso, ne. Sollte ich nicht lassen, weil wir haben kein Schwert dabei. Ich dachte so, als Monsterjagdstätte wüsste. Aber wir haben kein Schwert dabei. Das heißt, wenn jetzt wirklich was kommen würde, könnte ich uns gar nicht wehren. Ah. Ah, gut. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Ähm. 1, 2, 3, 4. Fängt ja gut an. Es geht hoch. 1, 2, 3, 4. Und dann da geht's weiter. Ähm. Bin jetzt in der richtigen Flucht? Ja, ich bin in der richtigen Flucht. Ähm. Gib mal hier nochmal Danke. Jetzt kommt da mal eine Fackel hin. Sonst raste ich hier aus. So, ich bin jetzt aber auch richtig, oder? Ne, du ist auch noch weg. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4. Und dann geht's damit für... Genau, 4 weiter. Perfekt. Wow. Jaaa. Das ist ein bisschen Speed. Speedy Consales. So, jetzt geht's dann hier weiter. Perfekt. So. Gravul. Da ist Gravul. Ähm. Ähm. Oh, verdammt, verdammt. Okay. Ich mach hier erstmal ein bisschen... Ach, leg mich doch. Mach hier erstmal ein bisschen zu. Jetzt haben wir wieder ein bisschen... Stein geroll. Whatever. Ja. Ne, ich weiß es überhaupt richtig. 1, 2, 3. Ach, scheiße. Das hier ist alles ansonsten. So. 1, 2, 3, 4. Genau. Jetzt kommt hier erstmal was hin. Perfekt. So, jetzt kann ich mich hier weiter bauen. Sehr schön. Okay. 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 Also hier geht's jetzt wieder 1, 2, 3, 4. Damit geht's dann... So, hier ist er... Oh, ja gut. Okay. Damit geht's dann... Hier wieder ein Zug. Kohle. So. Hier geht's dann auch wieder 1, 2. Kohle. So. So. Hier geht's dann auch wieder 1, 2. So, Fackel platzieren. Hallerti, walti. Sehr schön, ok, jetzt haben wir wieder Strukturtrenner, ich hoffe ich bin auch noch in der Flucht, jetzt habe ich jetzt hier irgendwo falsch abgewischt, hier muss ich wieder clean von rein, kommt der ganz zum Schluss, genauso wie hier, kann ich gleich mal weg machen, ja. Perfekt. Zoom. Dann wird die Verluckel. So, oh, einmal Wand. So, oh, oh. Das macht er von Alter. Yuchen. Also mit dieser, also, ne, muss man schon sagen, geht zumindest verdammt schnell. Äh. Wie gesagt, dieses Rainbow-Zeug, das überlebt schon nicht sehr lange. Das hat eine sehr kurze Lebensdauer gerade mal. Aber es ist zumindest während dieser Lebensdauer abartig schnell. Das muss man auch schon mal so sagen. Oh, ach so, meine Hubs. Sehr gut. So, dann kommt jetzt hier die nächste Fuhre. Ich mach jetzt mal wieder Licht hin. Dankeschön. Könnte ich auch was erkennt. Hallo? Helpt mich richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Okay. Oh, da hinten ist eine Hülle. Hier ist ja ganz eine Hülle immer. So, jeder will nicht weiter. Ach, die Fakulie ist schon falsch. Na, schau mal, na, guck. Ja. Das hier ist natürlich ein Träumchen. Du musst da weg. Du musst, ich mach jetzt mal da hin. Da bin ich hier schon mit der Seite hin ausgebrochen. Na, schau mal, na, guck. Na, was hier ist, ist natürlich auch interessant. Äh, ich mach dich mal da hin. Oh. Oh. Haha. Äh, da stand ich auch ein bisschen sehr nah an der Kante. Kann ja mal passieren. Nein. Einer ist runtergefallen. Ich konnte ihn nicht mehr retten. Er war verloren vor den ersten Augenblicke. Nein. Ach, scheiße. Arsch. 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 Was ist das verhungern hier? Alle gerettet. Yes. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Genau, 1, 2, 3, 4. Hier geht's weiter. Ja, wenn's überhaupt weitergeht. Okay. Ach, schöne Hülle. Gefällt mir. Einfach spitzern, wenn ich mich noch wieder verletzt, fast tot. Ach, kacke. Komm ich da runter? Ach, lieber nicht. Da komm ich nie wieder hoch. So, auch gucken, dass wir hier wirklich sauber in der Flucht bleiben. Nichts, dass ich hier durch die ganzen Hüllen und Kanten und Ecken und so komplett ausbreche. Das heißt, genau hier muss nämlich, da muss ich schon wieder zu. Genau, der ist doch da. Also, du musst dann wieder weg. Perfekt. Genau, ob ich da einer rein muss. Da einer. Mach ich dir gleich mal schon ein bisschen. Ich werde da später wahrscheinlich ein bisschen was austauschen müssen, weil man ja mancher davon sieht. Den zum Beispiel, der muss ich später wieder austauschen. Den sieht man später. Den auch. Aber gut, darum kümmern wir uns dann, wenn wir die ganzen Schrägen hier einbauen. Jetzt erstmal geht es darum, dass wir überhaupt ein bisschen, äh, ne, bauen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier kommt der nächste hoch. 1, 2, 3, 4. 4, genau. Das ist eigentlich auch hier. 1, 2, 3, genau. So, das heißt. So, easy. Moment mal. Achso, hier geht es in die Breite. Hier geht es noch weiter. Tada. So, kommst du mal da hin. So, hat er die Waldfee. Ne, du bist hier, hier brauche ich gar nicht. Da kommt wieder sowieso was anderes hin. 1, 2, 3, 4. Ach, das ist schon Ende. Das heißt, du kommst noch. Da. Dort ist diese Spitzkirche auch Geschichte. So, du kommst mal. Da. Nein, nein, nein. Ausgedeckte Tal ist weggeflogen. Wollt ihr mich verarschen? Das ist so, dass ihr euer scheiß Ernst hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Sehr gut. Na gut. Wenn wir sagen, falls weiter in der nächsten Folge. So das ist er tickt. Er ist er sich setzt. 125南 edition hat.